Der weiß, wo unsere Turtel-Täubchen stecken. Aber er sitzt im Unidats-Stützpunkt. So, wir machen mich wieder auf Richtung Kampfgebiet. Hm. Wer weiß, wofür wir die Ressourcen hier noch brauchen? Deswegen, ja. Deswegen würde ich alles mitnehmen. Äh, Fertigkeitspunkte finden. Ah, Fertigkeitspunkte kosten. Okay. Informationslager haben wir auch noch, sehe ich gerade. Das könnte doch recht interessant werden, glaube ich, das Spiel. Ja, du hast ja schon alles ausgestaltet. Ja, so ein bisschen. Einwilligst du. Irgendwo Munizieren. Was ist die oben? Ich glaube, oben. Ja, hier. Ja, wir sind sauber. Ich habe Kisten. Wenn ich denke, wie viele Kisten habe ich. Ach, du Scheiße. Links zum Ausnahmeln. Legendär 75. Äh, 65. Epische 43. Selten 62. Äh, äh, äh. Soll ich jetzt jede Kiste hier einzeln öffnen, oder was? Ist das sowas? Und? Totenkopfschalldämpfer. Episch 2. Okay, das ist jetzt... Äh. Äh, ja, ich glaube, die muss ich alle einzeln aufmachen. Das mache ich nach dem Stream. Aber kann ich den Schalldämpfer denn jetzt an einem Scharfschützengewehr ändern? Ähm, wo ist das denn hier? Warte mal. Aber will ich doch gar nicht teilen. Bindung. Ja, es ist aber nur optische... Egal. Ne, das mache ich, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich nach dem Stream. Okay, und teilweise sind die Fähigkeiten auch, ähm... An Missionen gebunden. Oh, okay. Das sind die Stufen davon. Äh, was hast du mit Togos, deinem Gegner? Warum? Ach, gesch... Auf uns der gefreut? So. Okay, was haben wir jetzt hier noch so? Da haben wir noch ein Informationslager. Ah, sind ja nur 200 Meter, kann ich auch eben laufen. Warte, 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 ich komme mit. Warte auf mich. Ja, ich warte auch auf dich. Ich will hier noch gucken und... Das Grünes haben wir jetzt schon gesammelt, oder? Nee. Nein, nein, das Grüne musst du noch. Hey, Kumpels. Okay, oben ist nichts mehr. Moment, ich fahre aber... ...keine Sklaverei. Nee, 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 für 200 Meter nimmt er ein Auto. ...und ich verspreche, dass wir nie aufhören, für die Freiheit Boliviens zu kämpfen. So schlimm fahre ich jetzt auch nicht. Du hast es doch gar nicht gesehen, Kind. Das ist ganz oben. Ich habe auch dumm, Tobi, ich will sehen, wie das aussieht, wenn du da was machst. Du die Kipper auf den Zahn? Nein, ich muss schon sagen. Natürlich doch. Ich weiß, wo ein Kartellversorgung CD steht. Klauen wir ihn für die Rebellen. Neue Mission. Gut, nee, das ist ein... ...Gerät. Okay, ja, ich habe einen Knopf drin. Das Auto ist ja mal richtig zu... ...flumm gefahren? Ja, das war Absicht. So, was haben wir denn noch hier? Äh, wir haben hinten in, in... ...Wir haben sich das hochrein gezielt für geheime Informationen. Sollen wir das als nächstes machen? Joa. Dann auf zum Heli. Togo fährt. Ja, Togo fährt. Ja, wir müssen ja erst mal zum Heli kommen. ... ... ... ... Ja, jetzt weißt du auch, warum das Auto so aussieht. Ja, ich mach das, ich fliege. Ja, schon GTA, nicht der Freund von, äh, fliegen. Weil ich ihm abgestürzt bin mit den Dingern. Kannst du hier irgendwie mit Ferngas gucken, ob du unten Gegner sind? Ne, kann ich nicht. Ich kann nur Sitzwechsel machen. Warte mal, kann ich die Drohne losschmeißen? Drohne fliegt. Warte, Drohne ist unterwegs. Nein, kann ich nicht machen. Drohne fliegt nicht. Ich lande jetzt einfach mal hier. Halbwegs in der Nähe. Ja. Ach, fuck. Äh, warum ist der gerade in der Fall? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. So eine Scheiße. Hast du mein Heli kaputt gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Und bei dir ist einmal zäh drücken, dass du in die Hocke gehst? Warum habe ich das 2? Warum geht das bei mir nicht? Wie legt der sich jedes Mal hin? Wenn der Drohne hat noch Cooldown. Ich muss kurz AFK. Warum kann ich nicht? Jetzt hier ist hinlegen, X ist gehen. Ich gehe doch einfach in die Hocke. Warum geht das nicht? Ja. Warum? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah ok, es ist nicht zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist nicht zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist nicht zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist nicht zäh... Ah ok, es ist zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist zäh, falsche Taste gewesen Ah ok, es ist zäh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020